Nummer 4. Dieser Obstkorb kann den Prozess des Pflückens von Obst von Bäumen beschleunigen. Er kann beliebig in der Länge verstellt werden, sodass sie die erforderliche Höhe erreichen. Tatsächlich besteht er aus 10 zentralen Stäben von etwa 39 cm und einem oberen Stab. Die Länge kann von 79 cm bis 3,96 m variieren. Er ist aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung gefertigt, die für mehr Festigkeit und Leichtigkeit sorgt. Er ist frei von Verbiegungen oder Abnutzung nach wiederholtem Gebrauch. Der Obstkorb wird mit den zwei verstellbaren Klemmen einfach und sicher an der Verlängerungsstange befestigt. Er hat einen großen Metallkorb mit weichem Boden, um Quetschungen an den Gärntätenfrüchten zu vermeiden. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Dieses Obstpflückwerkzeug passt für die meisten Arten von Obstbäumen wie Äpfel, Orangen, Avocados, Aprikosen, Mangos, Zitronen, Kiwis, Papayas, Nektarine, Grapefruits, Birnen, Pflaumen und andere Früchte. Mit diesem Werkzeug müssen Sie keine gefährlichen Leitern mehr verwenden. Es ist aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung für Langlebigkeit und geringes Gewicht gefertigt. Es ist einfach zu montieren und besteht aus neun Verlängerungssteilen, zwei verstellbaren Klammern und zwei Fruchtkorbhälften. Es hat eine elastische Schaumstoffunterlage am Boden des Korbes, um das Gärntäteobst zu schützen und nicht einzudrücken. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2. Dieser Teleskopobstpflücker lässt sich in wenigen Minuten auf- und abbauen und ist wirklich einfach zu bedienen. Er ist aus Edelstahl gefertigt. Im Paket finden Sie eine Aluminiumverlängerungsstange, einen Twist-on-Korb, eine Netztasche für Obst. Zum Gebrauch haken Sie das Obst einfach zwischen die Zinken und ziehen es vorsichtig in den Korb. Das Verfahren ist so einfach und spart nicht nur Energie, sondern auch Zeit. Der Obstkorb wird mit einer strapazierfähigen Schaumstoffunterlage geliefert, sodass Sie das Obst pflücken können, ohne es zu werbeulen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Dieser Teleskopobstpflücker misst im voll ausgefahrenen Zustand ca. 13 Meter in der Länge. Er ist das ideale Werkzeug zum Aufnehmen von frischem Obst wie Äpfel, Pfirsiche, Birnen, Feigen, Kakis, Orangen, Mandarinen, Pflaumen, Zitronen, etc. Er ist leicht und sehr handlich, denn im ausgefahrenen Zustand misst er nur 1,1 Meter bei einem Gesamtgewicht von 1,72 Kilogramm, wodurch er leicht zu tragen ist. Er ist aus einer leichten, hochwertigen Aluminiumlegierung gefertigt. Mit diesem Werkzeug lassen sich die Früchte leicht und ohne Beschädigung sammeln. Hervorragender Kauf, der besonders von denjenigen geschätzt wird, die ihn bereits erworben haben. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.